Wasser ist heute eine unserer wichtigsten, aber auch knappen Ressourcen. Die patentierten EnvoTherm Abwassertechnologien lösen das Abwasserproblem in ihrem Unternehmen und tragen zu einer grüneren Umwelt bei. Das Abwasser fließt in die EnvoTherm Abwasseranlage und durch einen Wärmetauscher, um eine Temperatur von über 100 Grad zu erreichen. Durch Kochen des Abwassers wird das reine Wasser zu Dampf, der in den Absorber fließt. Das konzentrierte Abwasser wird abgeschieden und getrennt abgelassen. Der Absorber scheidet unsaubere Partikel im Dampf aus und das aufbereitete Wasser wäscht danach die Partikel ab. Der Dampf fließt wieder in den Wärmetauscher des Eindampfbehälters, um die Überschusswärme erneut zu nutzen. Das sichert den niedrigsten Energieverbrauch am Markt für Abwasseranlagen. Durch den Temperaturabbau wird der Dampf flüssig. Dieser fließt in den Koalizenzabscheider, wo die Ölpartikel abgeschieden werden. Das destillierte Wasser kann jetzt erneut dem Produktionsprozess des Unternehmens zugeführt und das Abwasserkonzentrat entsorgt werden. EnvoTherm bietet verschiedene Lösungen und Abwasseranlagen für das jeweilige Produktionsumfeld an. EnvoTherm Abwasseranlagen sind eine richtig gute Investition und ganz nach der Menge ihres Abwassers machen sich diese bereits nach 8 bis 30 Monaten bezahlt. 8. 10. 9.